Auch wenn Zolt Sandor Tscheke und Malika Tschumev ihre Liebe bei Let's Dance eher weniger nach außen gekehrt haben, wussten doch alle, die beiden sind ein Paar. Doch nun ist aus Liebe Freundschaft geworden. Wie die Tänzer bei Instagram verkündet haben, haben sie ihre Beziehung beendet. Es ist ein Schritt, für den wir über ein Jahr gebraucht haben und eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben, schreiben die beiden zu einem Foto, das sie nach wie vor innig zeigt. Zu den Gründen für das Liebesaus äußern sich die Fanlieblinge allerdings nicht. Nur so viel Eine Trennung ist nie einfach, besonders wenn uns sehr viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Wir haben in den letzten neun Jahren so viel gemeinsam erlebt und durchgestanden und dafür sind wir unglaublich dankbar. Wir sind weiterhin füreinander da und werden die enge Bindung, die wir aufgebaut haben, niemals verlieren. Sie seien weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen? Stellen Sie klar und bitten um Respekt nach diesen sicherlich schweren Trennungsnews. In den vergangenen Wochen deutete nichts auf einen Bruch zwischen dem Paar hin, was den Eindruck verstärkt, dass die beiden dennoch weiterhin freundschaftlich verbunden sind. So waren sie zum Beispiel in diesem Sommer noch zusammen bei der Fashion Week in Berlin und bei mehreren Workshops. Auch bei der Let's Dance Tour sind beide Stars dabei. Fans müssen sich also wohl keine Sorgen machen, dass die beiden nicht mehr zusammen auf dem Parkett stehen werden. Zolt Sandor Czeke und Malika Czumev waren rund neun Jahre ein Paar. Zunächst nur als Tanzpartner verbunden, musste Zolt einiges an Arbeit leisten, um Malika von sich zu überzeugen. Der Zolt hat mir Blumen gebracht, geschrieben. Ein Gentleman, so Malika 2015 in einem Interview. Zuletzt lebten die beiden mit ihren Kater Balou in Bremen.